Falschheit der vorgeblichen reformierten Religion Paragraf 1 Ihre Falschheit ist erstens bewiesen aus dem Mangel der göttlichen Sendung bei ihren Stiftern. Erstens. An diese neuen Glaubenslehrer muss man die Frage stellen, welche Tertullian an die Neuerer seiner Zeit richtete, Wer seid ihr? Wann seid ihr entstanden? Und woher seid ihr? Saget uns Luther, Zwingli, Calvin, Sozinus, woher seid ihr gekommen? Ihr waret einmal in der römischen Kirche. Wer hat euch von dort her gesendet, diese neuen Lehren zu predigen, die ihr ausgestreut habt? Der Apostel sagt, jede Verkündigung des göttlichen Wortes muss durch die rechtmäßige Sendung gut geheißen sein. Wie können sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Römer, Kapitel 10, Vers 15 Daher haben die Apostel, als einige ohne Sendung von ihrer Seite ausgegangen waren, den Heiden zu predigen, jene Neubekehrten ermahnt, dieselben nicht anzuhören, eben weil sie gepredigt haben, ohne von ihnen gesendet zu sein. Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 24 Zweitens. Allerdings kann die Sendung zweifacher Art sein. Eine ordentliche und eine außerordentliche. Es kann wohl eine außerordentliche Sendung geben, wie sie der heilige Paulus hatte. Aber eine solche Sendung kann man nur dann für rechtmäßig halten, wenn sie durch eine seltene Heiligkeit des Lebens und zugleich durch Wunder bestätigt ist. So beschaffen war die Sendung des heiligen Paulus, der deswegen schrieb, Wie wohl ich nichts bin, so sind doch die Kennzeichen meines Apostelamtes unter euch vorhanden, durch jegliche Geduld, durch Zeichen und Wunder und Krafttaten. 2. Korinther, Kapitel 12 Und doch, obgleich vom Herrn selbst zur Bekehrung der Heiden auserwählt, wagte der heilige Paulus nicht, dieses Apostelamt anzutreten, ohne vorher den Ausspruch des heiligen Petrus vernommen zu haben, wie er selbst versichert in Galater, Kapitel 1, Vers 18, So hätte auch die Sendung der Häupter jener Sekten beschaffen sein sollen, welche der katholischen Kirche entgegen sind. Das heißt, sie hätte wenigstens von einer großen Heiligkeit des Lebens und von Wundern begleitet sein sollen. Allein, was die Heiligkeit des Lebens betrifft, so wissen wir, dass die Heresiarchen, insbesondere die, welche in den letzten Jahrhunderten in den nördlichen Ländern aufgetreten sind, ein Leben führten, das nicht einmal eines Menschen, geschweige denn eines Christen, würdig ist. Und zu einem gleichen Leben hielten sie auch andere an. Wir wollen deswegen hier eines jeden besonders Erwähnung tun, damit man sehe, wie und aus welcher Ursache sie sich gegen die Kirche empört haben. Drittens. Was zuerst Luther, das Haupt der Neuerer, betrifft, so ist zu wissen, dass im Jahre 1517 Leo X., welcher die Peterskirche neu bauen und sie selbst herrlicher, als sie früher war, herstellen wollte, einige Ablässe für jene Promulgierte, welche durch ihre Almosen zum Baue beitragen wollten. Er übertrug deswegen diese Angelegenheit in Deutschland mehreren Bischöfen, insbesondere dem Erzbischof und Kurfürsten von Mainz. Dieser beauftragte den Dominikaner Johann Tetzel mit der Verkündigung der Ablässe. Das beleidigte die Augustiner-Eremiten, weshalb Martin Luther, der in jener Zeit bereits Augustinermönch war, von seiner Leidenschaft gestachelt, anfing gegen den Wert der Ablässe zu predigen und auch einige Thesen zu diesem Ende verbreitete. Da diese in Rom als heretisch verdammt wurden, so machte er sich daran, alle seine anderen Irrtümer zu veröffentlichen. Hierauf apostasierte er von seinem Orden, nahm die Nonne Katharina von Bora zur Frau und führte dann bis zu seinem Tod im Jahr 1546 ein, eines Menschen unwürdiges Leben in Schwelgerei, Trunkenheit und Sittenlosigkeit. Das ist die Sendung des Hauptes der Reformierten. Nun folgen weiterführende Informationen über Luther. Luther wurde 1483 zu Gießleben in Sachsen geboren. Er trat den Eremiten des heiligen Augustin bei, aus Schrecken über einen Blitzstrahl, welcher einen Freund an seiner Seite tötete. Er hatte einen scharfsinnigen und lebhaften Geist und besaß nicht geringe wissenschaftliche Bildung. Er besaß aber solche doch nicht in so reichem Maße, als sein Stolz ihn glauben machte. Er war deshalb im Disputieren sehr forsch. Diese Kühnheit, verbunden mit seiner Redseligkeit, verschafften ihm von seinen Anhängern einen Beifall, den er nicht verdiente. Er hatte eine Menge gelehrter Dinge im Gedächtnis, aber so verworren, dass kein auf verschiedene geschichtliche Tatsachen sich beziehender Gegenstand von ihm je ins Klare gebracht wurde. Er war beredet in Wort und Schrift, aber in seiner Darstellung so ungeordnet und roh, dass in seinen so zahlreichen Werken sich auch nicht eine Periode findet, welche richtig wäre und nicht etwas Ungebildetes an sich hätte. Er war dermaßen von sich selbst eingenommen, dass er alle, auch die berühmtesten Schriftsteller der Kirche, verachtete und sich rühmte, er habe die wahre Wissenschaft erlangt und zwar nicht von anderen, sondern durch sein eigenes Talent. Deshalb maßte er sich an, den Aristoteles in der Philosophie und den heiligen Thomas in der Theologie widerlegen zu wollen. Er war äußerst dreist gegen seine Gegner, wenn sie fern waren, aber wenn in der Nähe irgendeine Gefahr drohte, so war er über die Maßen furchtsam und feige. Ferner hatte er eine unmäßige Gier nach Reichtum, um seiner Gewohnheit gemäß schwelgerisch leben zu können. Er war jedoch immer arm, was seinem Hochmut höchst unbequem war. Unter seinen Anhängern befanden sich mehrere Fürsten, aber diese sahen nur auf ihre eigenen Interessen und dachten nicht daran, ihn zu unterstützen. Deshalb lebte er notdürftig von dem Gehalt, das er von seiner Lehrstelle bezog. Peter Paul Vergerio, jener unglückliche Bischof von Capodistria und päpstliche Nunzius in Deutschland, welcher später vom Glauben abfiel und sich in die Schweiz zurückzog, schreibt, er habe Luther in einem so armseligen und abgetragenen Anzug gesehen, dass man ihn für einen Bettler hätte halten können. Im Anfang seiner Verirrung trieb ihn zur Ausstellung seiner falschen Lehrsätze teils Erbitterung gegen die päpstliche Curie, weil er, wie ein Historiker sagt, da selbst erfolglos um eine Gnade gebeten, teils Eifersucht gegen die Dominikaner, weil ihnen der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden, die vom Papst bewilligten Ablässe zu veröffentlichen. Später konnte er durch die Gunst der Fürsten, welche seine Beschützer waren mit leichter Mühe, eine so große Menge Seelen verderben, welche jetzt seine Gesellschaft und seine Krone in der Hölle sind. Kardinal Pallavicino schreibt, Luther zeigte oftmals Reue darüber, dass er gegen den Papst und gegen die Kirche so weit gegangen sei, aber er verfolgte dennoch sein verabscheuungswürdiges Unternehmen, weil es ihm schien, als sei die Brücke hinter seinem Rücken abgebrochen. Luther starb 1546 mit 63 Jahren in seiner Vaterstadt Eisleben. Er starb nachts, nachdem er den Abend noch mit einem reichlichen Mahl unter seinen gewöhnlichen Späßen zugebracht hatte. Aber vor seinem Tod hatte er zwei Stunden lang so heftige Schmerzen, dass sie endlich seine fluchbeladene Seele aus dem Leib rissen und in die Hölle stürzten. Dem Tode nahe wandte er sich an Justus Jonas, seinen unedlen Schüler, und sprach zum Zeugnis der Verstocktheit, in welcher er starb, folgende Gotteslästerung aus. Betet für unseren Herrgott und sein Evangelium, dass es ihm wohlgehe, denn das Konzil zu Trient und der leidige Papst sind ernstlich gegen ihn. Nach diesen Worten starb er. Sein Leichnam wurde in einen Zinnern Sarg gelegt und auf einem Wagen wie im Triumphe nach Wittenberg gebracht. Dem Sarg folgten seine vermeintliche Ehefrau Katharina mit ihren drei Kindern in einer Kutsche, mehrere vom Adel zu Pferd und Leute vom Volke zu Fuß. Philipp Melanchthon, Johannes Pomeranus und Justus Jonas, seine hervorragendsten Schüler, hielten alle Lobreden auf Luther. Die hier gegebenen Notizen sind aus Kochleus und aus Kardinal Pallavicino geschöpft. Gehen wir nun zu den anderen über. 4. Ulrich Zwingli wurde im Jahr 1484 zu Wildhaus in der Grafschaft Toggenburg in der Schweiz geboren. Er machte seine Studien in Basel, wo er im Jahr 1505 Doktor der Theologie wurde. Später wurde er Pfarrer in Zürich. In dieser Stadt begann Zwingli, nachdem Luther bereits seine Irrtümer verbreitet hatte, die Lektüre der Bücher Luthers zu empfehlen und seine eigenen neuen Lehren zu predigen, die übrigens in vielen Punkten von denen Luthers abwichen, da er insbesondere mit Pelagius lehrte, jedes unserer guten Werke hänge von dem freien Willen des Menschen ab und in der Eucharistie sei nicht wirklich der Leib Christi gegenwärtig, sondern nur das Brot, welches seinen Leib darstelle und mit welchem sich der Mensch geistlicherweise durch den Glauben einige. Er starb in der Schlacht, in welcher die katholischen Kantone die protestantischen besiegten. Unter anderem wurde auch Zwingli getötet. Johannes Calvin wurde im Jahr 1509 zu Noyon von Eltern niederen Standes geboren. Er studierte in Paris. Als er aber hier später anfing, seine Irrtümer zu verbreiten, musste er fliehen. Er wechselte nun mehrmals seinen Aufenthaltsort und ließ sich in Genf nieder, wo er 1536 Professor der Theologie wurde. Aber in der Folge auch von Genf als Aufrührer verbannt, ging er nach Straßburg, wo er sich verheiratete. Er kehrte bald nach Genf zurück, wo er nun 23 Jahre hindurch lehrte und im Jahr 1564 starb. Er war stolz und ehrgeizig und von unbeugsamer Hartnäckigkeit. Er war auch unzüchtig. Man hört, dass er in seiner Jugend auch von seiner Vaterstadt Noyon wegen seiner schändlichen Zügellosigkeit verwiesen wurde. Man höre, was Spondanus zum Jahr 1534 von Calvin schreibt. Man sagt, er sei in ein schändliches Laster gefallen, sodass er in Gefahr gewesen, das Leben zu verlieren, wenn ihm nicht der Bischof eine Milderung der Strafe erlangt hätte, nämlich die Verbannung und das Brennen mit einem glühenden Eisen auf der Schulter. Und Bolzeck, der zuerst Calvins Schüler und Apostat war, später aber in sich ging und zur Kirche zurückkehrte, schreibt, das Aktenstück seiner Verurteilung sei von Bertellier, Sekretär von Genf, in Augenschein genommen worden. Nun folgen weiterführende Informationen über Calvin. Calvin und Luther waren, wie bekannt, einer gottloser als der andere, aber von verschiedenem Naturell und Charakter. Calvin war von Natur melancholisch und schweigsam, Luther ausgelassen und redselig. Calvin war sehr mäßig im Essen, mager und fortwährend von Kopf- und Magenleiden gequält. Luther war wohlbeleibt und stark, schwelgerisch bei Gastmählern und von guter Gesundheit. Calvin war vorsichtig und phlegmatisch und darum wortkarg. Luther sehr geschwätzig und voreilig und darum unter seinen Anhängern sehr beliebt. Calvin elegant in seinen schriftlichen Arbeiten, Luther dagegen roh und ungeordnet in seiner Schreibart. Daher kam es zwischen ihnen zu verschiedenen Zerwürfnissen. Luther schrie gegen die Calvinisten und Calvin gegen die Lutheraner. Hören wir, wie Calvin in seinem 57. Brief an Bullinger von Luther redet, ich erkenne Luther als einen angesehenen Diener Gottes an, der jedoch trotz außergewöhnlicher Tugenden unter großen Lastern leidet. Luther wurde der gottlose Ruhm zuteil, Deutschland in den Irrtum gestürzt zu haben, Calvin außer Genf auch England und Frankreich verführt zu haben. Und weil durch seine Krankheiten gehindert, das bereits durch seine Worte entzündete Feuer noch mehr anzufachen, bemühte sich Calvin, dies mit der Feder zu tun und verbreitete deswegen seine vielen verpestenden Bücher über ganz Europa zum Schaden des Glaubens. Calvin starb im Jahre 1564, am 26. Mai, im noch nicht ganz vollendeten 55. Lebensjahre, niedergedrückt von heftigem Schmerz in den Eingeweiden und zwar nicht, wie Theodor Beser schreibt, ganz ruhig. Und er starb, selbst von seinen Anhängern aus Genf gehasst, welche zu seinen Lebzeiten zu sagen pflegten, er wäre lieber mit Beser in der Unterwelt als mit Calvin in der Oberwelt. Das war die Heiligkeit der gefeierten Verkünder des neuen Evangeliums. Sehen wir nun, ob sie ein Wunder getan zur Bekräftigung ihrer vorgeblichen, außerordentlichen göttlichen Sendung. Doch von ihren Wundern sagte Erasmus, bis jetzt ist es noch keinem von ihnen gelungen, auch nur ein hinkendes Pferd gesund zu machen. Berühmt jedoch ist das große Wunder, welches Luther zu Wittenberg wirkte, wie Friedrich Staphylus, der zuerst Lutheraner war, später aber sich zum katholischen Glauben bekehrte, als beteiligter Augenzeuge berichtet. In seiner Schrift »Antwort gegen Jakob Schmidlin« schreibt er folgendermaßen, »Es wurde von Meissen ein besessenes Mädchen zu Luther gebracht, damit er es von dem Teufel befreie. Luther ließ sie in die Sakristei der Kirche führen und fing an, den bösen Geist zu exorzisieren. Nicht wie die katholische Kirche es tut, sondern nach seiner Weise. Der Teufel leistete ihm nicht nur keinen Gehorsam, sondern erfüllte ihn mit Schrecken. Luther wollte deshalb schleunig das Zimmer verlassen, aber der böse Geist verschloss die Tür. Luther lief ans Fenster, um wenigstens durch dieses zu entkommen. Er fand es ebenfalls mit eisernen Gittern verschlossen. Dann wurde von außen eine Axt hereingereicht, und ich als der Jüngere und Stärkere schlug damit die Tür in Stücke, worauf wir davon eilten. Noch merkwürdiger, aber auch verhängnisvoller war das Wunder, welches Calvin wirkte, wie Hieronymus Bolzeck berichtet. Bolzeck sagt, ein gewisser Bruleus, der arm war, bat Calvin um eine Unterstützung, welcher ihm dieselbe unter der Bedingung versprach, dass er tue, was er von ihm verlangen würde. Die verlangte Sache war, er solle sich totstellen und dann beim Rufe Calvins tun, als ob er wieder zum Leben erwache. Es gehorchte der arme Mann, aber was geschah? Calvin rief, Bruleus, im Namen Jesu Christi, stehe auf! Aber der Arme rührt sich nicht. Calvin wiederholt den Befehl, aber er rührt sich nicht. Endlich nähert sich ihm seine Frau und rüttelt ihn, aber sie findet ihn wirklich tot. Daraufhin fing sie zu weinen und laut zu schreien an und erzählte öffentlich den wahren Hergang der Sache. Da also der Beweis geliefert ist, dass die Sendung dieser neuen Religionsstifter keine außerordentliche war, weil sie weder von Heiligkeit des Lebens noch von Wundern begleitet wurde. So sollten sie doch beweisen, dass ihre Mission wenigstens eine ordentliche war. Die ordentliche Sendung ist vorhanden, wenn der Papst für die ganze Welt oder die Bischöfe für ihre Diözesen Priester aussenden, um den Glauben unter den Völkern zu verbreiten. Aber wie können die Neuerer diese Sendung sich zuschreiben, da sie sich von den Bischöfen und dem Haupte der römischen Kirche, welches der Papst ist, getrennt haben und ausgegangen sind, um eine Religion zu predigen und zu pflanzen, die derjenigen, welche die römische Kirche bekennt, ganz entgegengesetzt ist. Wenn also, und damit wollen wir das oben Gesagte nochmals wiederholen, die römische Kirche die erste von Jesus Christus gestiftete und von den Aposteln befestigte Kirche war und alle anderen religiösen Genossenschaften sich von ihr trennten und aus ihr ausgetreten sind, so sind diese alle falsch und schismatisch und die römische allein ist die wahre Kirche Jesu Christi. Paragraf 2 Die reformierte Religion ist zweitens falsch, weil ihr die Glaubensregel mangelt. Die ganze Glaubensregel der Neuerer besteht in der Heiligen Schrift und darum sollen nach ihnen auch die Bauern und die armen Frauen vom Land die Heilige Schrift verstehen. Aber sie irren sich, denn die Heilige Schrift kann ihnen über die Dogmen und Gebote des Glaubens keine Sicherheit geben, da sie nach ihren Prinzipien keine Gewissheit erlangen können, dass es eine Heilige Schrift gäbe oder welches die echten und welches die apokryphischen Bücher derselben sein, welches eine unverfälschte Übersetzung oder welches der rechte Sinn derselben sei. Fürs Erste also, wie können sie wissen, dass es eine göttliche Schrift gibt? Unter göttlicher Schrift versteht man jene Bücher, welche von Menschen geschrieben, aber von Gott eingegeben sind. Solche Bücher wurden verfasst in erster Reihe von Moses, dann von den Propheten und anderen kanonischen Schriftstellern, dann von den Evangelisten und anderen Aposteln. Wie beweisen sie nun aber die Existenz der echten Heiligen Schrift, etwa durch die Prophezeiungen und Wunder, welche darin geschrieben stehen? Aber wer gibt ihnen Gewissheit, dass diese Prophezeiungen sich erfüllt haben oder dass sie nicht erst nach dem Eintreten der Tatsachen geschrieben worden sind? Und was die Wunder betrifft, woher wissen wir, dass es wirkliche Wunder waren? Zudem gibt es mehrere heilige Bücher, in denen weder Weissagungen noch Wunder verzeichnet sind, sondern bloß leeren. Wie kann nun bewiesen werden, dass auch diese göttliche Bücher sind? Etwa durch den Text der Heiligen Schrift selber? Aber wie kann der Text der Schrift als Beweis der Existenz derselben angeführt werden, da ja der Zweifel eben darauf sich bezieht, ob die Schrift eine echte heilige Schrift sei? Fürs Zweite, gesetzt den Fall, die Existenz der Heiligen Schrift sei gewiss, wie wollen sie beweisen, welches die echten Bücher derselben seien, die man für kanonische halten muss. Denn es kann sein, dass ein Buch wirklich kanonisch ist, aber dass dies uns bis jetzt noch nicht bekannt ist. Im katholischen Kanon sind 72 Bücher enthalten, 45 des Alten und 27 des Neuen Testamentes, wie wir im Konzilium von Trient lesen. Das Konzil von Trient empfing diesen Kanon vom Konzil von Florenz und das Konzil von Florenz empfing ihn von der römischen Synode unter Papst Gelasius, welche sich zugleich auf das Ansehen des heiligen Augustinus und des dritten Konzils von Carthago stützte, das später von der sechsten ökumenischen Kirchenversammlung bestätigt wurde, deren Väter erklärten, eben diesen Kanon von Papst Innozenz dem Ersten überkommen zu haben. Innozenz der Erste, welcher ums Jahr 402 lebte, gab die Erklärung, er habe den Kanon durch ununterbrochene Überlieferung von den Aposteln empfangen. Eine Überlieferung, welche in den vorausgehenden Jahrhunderten wegen der Verfolgungen nicht an allen Orten gekannt war. Luther hat von dem erwähnten Kanon mehrere Bücher des Alten Testaments gestrichen, nämlich die Bücher Tobias, Judith, das Buch der Weisheit, den Ekklesiasticus, die Bücher der Makkabäer und das Buch Baruch und auch noch andere Bücher vom Neuen Testament, nämlich den Brief des heiligen Paulus an die Hebräer, den Brief des heiligen Jakobus und des heiligen Judas und die Offenbarung des heiligen Johannes. Nun aber frage ich die, welche sich von der katholischen Kirche getrennt haben, wie sie beweisen, dass diese Bücher nicht heilige Bücher sind. Wie beweisen sie, dass die von ihnen beibehaltenen heilige Bücher sind. Aus den anderen heiligen Schriften können sie dies nicht mit Sicherheit beweisen, weil in denselben nicht ausgedrückt ist, dass die von ihnen angenommenen Bücher heilige sind und die anderen es nicht sind. Und wenn auch an einigen Stellen der Schrift ein anderes Buch genannt wird oder eine an einem anderen Ort enthaltene Stelle angeführt wird, wer versichert uns, dass diese Stellen nicht von einem Betrüger eingeschoben sind, ähnlich wie die Juden der Neuzeit in ihre heilige Schrift so viele unechte Dinge eingeschoben haben. Es hilft auch nicht zu sagen, dass es in einigen Büchern heißt »Der Herr hat gesprochen«, denn dies steht nicht bei jedem Ausspruch. Und dann, wer weiß, ob diese Worte nicht von den Abschreibern boshafter oder irrtümlicherweise eingeschoben wurden. Sie können es auch nicht anhand innerer Anzeichen beweisen, denn derartige Indizien können nur sehr dunkel sein, da ja dieses Licht, das ihnen leuchtet, weder den Heiden noch den Mohammedanern noch den Juden in Betreff des Neuen Testamentes, leuchtet noch auch ihren anderen Reformationsgenossen, da die Kalvinisten die Briefe des heiligen Jakobus, des heiligen Judas, des heiligen Paulus an die Hebräer, die Apokalypse, als echt erkennen, während die Lutheraner sie verwerfen. Umso weniger können sie es durch die Privateinsicht beweisen, die, wie sie sagen, einem jeden innerlich durch das Licht des heiligen Geistes zuteil wird. Denn es ist ganz ungewiss, ob diese Einsicht von Gott ist. Man hätte daher eine unbekannte Sache aus einer anderen noch unbekannteren zu erkennen. Wenn ein jeder Christ dieses innere Licht empfängt, warum hat es dann nicht auch ein Arianer, ein Mazedonianer, ein Nestorianer? Diese Neuerer sagen, für heilige Schriften dürfen solche Bücher nicht gehalten werden, welche nicht von Propheten oder nicht zur Zeit der Propheten geschrieben wurden, oder doch nicht in der Sprechweise, derer sich damals die Synagoge bediente, oder welche nicht von den Aposteln zitiert werden oder vom Messias keine Erwähnung tun. Allein da erhebt sich die Frage, woher weiß man, dass dann die anderen Aussprüche göttlich sind, welche in denselben Büchern stehen, aber nicht vom Messias reden. Und wie wollen sie beweisen, dass in einem Buch, damit es kanonisch sei, notwendig jene Bedingungen erfüllt sein müssen? Aber wenden sie ein, die Bücher der Katholiken enthalten Irrtümer und in der Tat bittet der Verfasser der beiden Bücher der Makabär um Nachsicht wegen der beim Schreiben begangenen Fehler. Darauf gibt man zur Antwort, in diesen Büchern sind keine Irrtümer, jedoch viele Dinge, welche schwer zu verstehen sind, wie der heilige Petrus von den Briefen des heiligen Paulus schreibt. In seinen Briefen ist manches schwer zu verstehen, und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, verdrehen diese Stellen ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 16. Und wenn der Verfasser der Bücher der Makabär um Verzeihung seiner Fehler bittet, so meint er nicht Fehler gegen die Wahrheit, sondern, er meint, den einfachen Stil, in dem er schrieb. Auch lässt sich nichts dagegen einwenden, dass die Kirche eine Zeit lang an der Echtheit einiger kanonischer Bücher gezweifelt habe, weil niemals die ganze Kirche daran gezweifelt hat. Und ein solcher Zweifel hinderte die Kirche nicht, sich später durch die Tradition und den Beistand des Heiligen Geistes Gewissheit darüber zu verschaffen. Wenn auch die Existenz der Heiligen Schrift außer Zweifel und es auch gewiss wäre, welches die kanonischen Bücher sind, wie wollen sie beweisen, dass die Übersetzung dieser Bücher rechtmäßig und unverfälscht sei? Die Bibel ist ursprünglich in zwei Sprachen geschrieben worden, in der hebräischen und der griechischen. In der hebräischen Sprache wurden die Bücher des Alten Testamentes geschrieben, in der griechischen die des Neuen Testamentes. Eine Ausnahme machen das Evangelium des heiligen Matthäus und der Brief des heiligen Paulus an die Hebräer, welcher wahrscheinlich in der zur Zeit der Apostel gebräuchlichen, mit hebräischen und khaldeischen Worten versetzten syrischen Sprache geschrieben wurde. Es ist gewiss, dass von der Heiligen Schrift mehrere Übersetzungen gefertigt wurden. Das Alte Testament wurde zuerst aus dem Hebräischen ins Griechische in mehreren Übersetzungen übertragen, zum Beispiel von Origenes, vom heiligen Lucian, von Theodotion und von Aquila. Die berühmteste Übersetzung war aber die der Septuaginta, welche ums Jahr 280 vor der Ankunft Christi angefertigt wurde. Die der Septuaginta ist sehr geschätzt und es bedienten sich derselben die Apostel und die heiligen Väter. Was die lateinischen Übersetzungen betrifft, so wird die Vulgata dem heiligen Hieronymus zugeschrieben. Dies ist richtig, was das Alte Testament betrifft, mit Ausnahme der Psalmen, des Buches der Weisheit, des Ekklesiastikus und des Buches Baruch. Aber was das Neue Testament anbelangt, so ist die Übersetzung von einem älteren Autor und wurde von Hieronymus erklärt. Diese Vulgata wurde vom Konzilium von Trient in der vierten Sitzung für authentisch erklärt mit den Worten, der hochheilige Kirchenrat verordnet und erklärt, dass gerade durch diese Vulgata-Ausgabe, die durch den langen Gebrauch so vieler Jahrhunderte in der Kirche selber bewährt ist, in öffentlichen Vorlesungen, Unterredungen, Predigten und Erklärungen für authentisch gehalten werde und dass niemand sich erdreiste, dieselbe unter was immer für einem Vorwand zu verwerfen. Die Heretiker haben verschiedene andere lateinische Übersetzungen herausgegeben, aber alle sind verfälscht und weichen an vielen Stellen von der Vulgata ab, außer diesen fertigten sie noch andere in der Volkssprache, die noch mehr verfälscht sind als die lateinischen. Nach diesen Bemerkungen können also die Andersgläubigen nur durch innere Erleuchtung finden, ob eine ihrer Übersetzungen unverfälscht sei. Und so kommt es, dass ihre Schriften nichts anderes sind als eine konfuse Menge von verschiedenen Sätzen, weil ihre Übersetzer weder vollständig der Ursprache kundig, noch auch als bloße Menschen von vielfachen Irrungen frei waren, nicht gerechnet jene Irrtümer, welche sie durch Hinwegnahme oder Beifügung von Wörtern einschoben, um ihre eigenen Lehren so gut es ihnen gelang, zu beschönigen. Wie können sie also behaupten, dass ihre Schriften echt und unverfälscht seien? Sie entgegnen, unsere Vulgata-Stimme mit dem hebräischen und griechischen Text nicht überein. Und deswegen habe Papst Clemens der Achte die Vulgata selber, welche von Papst Sixtus dem Fünften herausgegeben wurde, an mehreren Stellen verbessert, und auch jetzt sei sie noch nicht vollständig fehlerfrei, wie Papst Clemens in seiner Vorrede bekenne. Ich antworte, die Vulgata weicht von dem hebräischen und griechischen Text nicht ab, was den wesentlichen Sinn anbelangt, denn die Übersetzer sahen mehr auf den Sinn als auf die Worte, damit die Übersetzung nicht allzu unverständlich würde. Was könnte man übrigens daraus folgern, dass die Vulgata in manchen Dingen mit dem hebräischen und griechischen nicht übereinstimmt, da bekanntlich, wie die Gelehrten bemerken, die hebräischen und griechischen Ausgaben gegenwärtig teilweise mangelhaft sind, die clementinische Ausgabe weicht von der Sixtinischen nicht im Sinne nach ab, sondern nur in einzelnen Ausdrücken, abgesehen davon, dass nach dem Geständnis der Gegner selber auch ein und demselben Texte ein mehrfacher Sinn zugrunde liegen kann. Allerdings ist, wie Papst Clemens VIII. sagt, die Vulgata auch jetzt noch nicht frei von jeglichem unwesentlichen Irrtum, allein sowohl was die Ausgabe des Sixtus als auch was die von Clemens betrifft, so hat die Kirche erklärt, dass sie frei seien von jeglichem wesentlichen Irrtum gegen den Glauben oder die guten Sitten, worin die Kirche, der Verheißung Jesu Christi gemäß, dem Irrtum nicht unterliegen kann. Aber wie konnte das Konzil von Trient eine Ausgabe für authentisch erklären, welche später von Papst Clemens verbessert werden musste? Ich antworte, das Konzil hat mit Recht jene Edition für authentisch erklärt, welche zuvor schon die alte oder Vulgata genannt wurde und sich in dem langen Gebrauch so vieler Jahrhunderte durch die apostolische Überlieferung, die das lebendige Wort des Glaubens ist, als wahrheitsgetreu bewährt hat. Das Konzil hat demnach nichts anderes angeordnet, als dass durch den Papst die unwesentlichen Irrtümer noch besser berichtigt würden. Wenn man auch von einem Exemplar wüsste, dass es die echte und vollständige Bibel und die rechtmäßige und unverfälschte Übersetzung sei, wie wird bewiesen, welches der wahre Sinn der Schrift sei. Der heilige Hieronymus sagt, dass das Evangelium oder das Gesetz des Evangeliums nicht in den Worten der Schrift, sondern im wahren Sinn derselben sei. Zitat, wir glauben, dass das Evangelium nicht in den Worten der Heiligen Schrift liegt, sondern in der Bedeutung. Durch eine pervertierte Interpretation des Evangeliums Christi wird es zum Evangelium des Menschen oder schlimmer noch zum Evangelium des Teufels. Nehmen wir als Beispiel die folgenden Worte aus dem Johannes-Evangelium Der Vater ist größer als ich. Ein Katholik versteht diese Worte als Worte Gottes. Ein Arianer jedoch versteht sie als Worte eines Heretikers. Und die Worte Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, aus dem Markus-Evangelium, sind aus Sicht der Lutheraner gesehen. Eine Heresie, im Sinne der Katholiken aber Wahrheit. Es ist daher notwendig anzugeben, welchen verschiedenen Sinn die Heilige Schrift haben kann. Einer ist der wahre Sinn der Schrift, ein anderer der angepasste. Der wahre Sinn ist jener, der von Gott eigentlich beabsichtiget ist. Der angepasste ist jener, welchen die Menschen einer Schriftstelle geben, neben dem göttlichen Sinn. Ich sage neben, nicht gegen, denn wäre er gegen den göttlichen Sinn, so wäre er falsch. Aber wenn er bloß neben dem von Gott beabsichtigten ist, so ist er erlaubt, aber er ist nicht der eigentliche, von Gott beabsichtigte Sinn. Es wird ferner ein buchstäblicher und ein mystischer Sinn unterschieden. Beide können von Gott beabsichtiget sein. Nicht in allen Schrifttexten findet sich der mystische Sinn, wohl aber der buchstäbliche, ausgenommen, wenn die Stelle gar nicht buchstäblich verstanden werden kann. Bisweilen findet sich in einem Text der buchstäbliche und der mystische Sinn, wie in folgendem Beispiel, Abraham hatte zwei Söhne, einen von einer Magd und einen von einer freien Frau. Galater Kapitel 4 Vers 22 Dies ist bildlich gesprochen, denn das sind die zwei Testamente. In dem Text Dies ist mein Leib aus Matthäus Kapitel 26 Vers 26 versteht die katholische Kirche das Wort Ist von wirklichem Sein in der gegenwärtigen Zeit, sodass, sobald die genannten Worte ausgesprochen sind, das Brot nicht mehr Brot ist, sondern der wirkliche und gegenwärtig bleibende Leib Jesu Christi. Zwingli nimmt unrichtig das Wort Ist für bedeuten und übersetzt also Dies bedeutet meinen Leib. Und er führt als Beispiel die Stelle aus Exodus an, denn es ist die Phase, das heißt der Vorübergang des Herrn. Luther hingegen nimmt unrichtig das Wort Ist für Sein in der zukünftigen Zeit, also Dies wird mein Leib sein, nämlich in dem Akt, wo er von den Gläubigen empfangen wird. Wie können wir also den wahren Sinn dieser Worte wissen, wenn wir bloß auf den buchstäblichen Sinn Rücksicht nehmen? Und wenn wir Katholiken über den Sinn dieser Worte nicht Gewissheit haben, können wir dann einen festen Glauben an das Heilige Sakrament des Altars haben? Außerdem ist es gewiss, dass viele Stellen der Heiligen Schrift etwas unverständlich sind. Luther und Calvin sagen zwar, es sei nicht der Fall, sondern die Schrift sei für alle frommen Menschen klar. Aber wie kommt es dann, dass die heiligen Väter sich so viele Mühe gaben, um einige Schrifttexte zu verstehen und sie doch nicht verstanden haben? Der heilige Augustin bekennt, es seien mehr Schrifttexte, die er nicht verstehe, als die er verstehe. Und der heilige Hieronymus sagt, ich in den Psalmen, in der geheimen Offenbarung, in den Briefen, besonders im ersten Briefe an die Korinther, wo es heißt, welche um der Toten willen sich taufen lassen. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 29 Wie kann aber einer sich taufen lassen für andere und gar für die Toten? Einige andere Texte scheinen sich zu widersprechen. Zum Beispiel die Toten werden nicht auferstehen zum Gericht. So heißt es im und im ersten Brief des heiligen Paulus an die Korinther ist gesagt, wir werden alle auferstehen, aber wir werden nicht alle verwandelt werden. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 51 Im Brief an die Römer lesen wir, denn wir halten dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne die Werke des Gesetzes. Römer Kapitel 3 Vers 28 In dem selben Briefe wird dagegen gesagt, die Befolger des Gesetzes werden gerechtfertigt. Römer Kapitel 2 Vers 13 Kurz, es kann nicht geleugnet werden, dass viele Stellen schwer verständlich sind, da in der Heiligen Schrift selber geschrieben steht, wie der heilige Paulus in allen seinen Briefen tut, worin er davon redet, in welchen manches schwer verständlich ist. 2. Petrus Kapitel 3 Vers 16 Die Heretiker können aber nach ihren Grundsätzen auch nicht beweisen, dass sie den wahren Sinn der Schrift haben. Sie können es nicht beweisen durch die Schrift, weil, wie bereits gesagt, die Heilige Schrift an vielen Stellen etwas unverständlich ist und sich an anderen Stellen nicht erklärt. Wie kann also ein Text der Ausleger des eigentlichen Textes sein? Sie können es auch nicht beweisen durch den innerlichen Geist, weil dieser Geist nur der eines Einzelnen ist, welcher sich täuschen kann. Sagen nicht die Neuerer, dass die römische Kirche seit dem 5. Jahrhundert samt so vielen gelehrten Männern, die ihr anhingen, in Irrtum geraten sei und den Glauben verfälscht habe? Und ein beliebiger Einzelner sollte sich nicht täuschen können. Aber sehen wir, was dieser Privatgeist bei diesen Glaubenslehrern selber gesprochen. Luther leugnet eine große Zahl von Büchern der Heiligen Schrift, das Buch Hiob, den Ekklesiasticus und andere, die oben aufgezählt wurden. Calvin hingegen nimmt sie als echt und göttlich an. Beide Heresiarchen waren, wie ihre Anhänger behaupten, von Gott gesendet und erleuchtet. Beide haben vom Heiligen Geiste das innerliche Licht empfangen. Welchem von beiden sollen wir Glauben schenken? Ferner versteht Luther die Worte der Eucharistie. Das ist mein Leib, von dem wirklichen Leib Jesu Christi, Zwingli und Calvin aber von dem Figürlichen. Was somit der eine für Glaubenssatz hält, das verdammen die anderen als Götzendienst. Sie sollen mir nun sagen, welcher von ihnen die Wahrheit lehre. Aus dem Gesagten ersieht man, dass die Reformatoren keine sichere Glaubensregel haben oder haben können, weil sie keinen unfehlbaren Richter haben, der die Glaubensstreitigkeiten entscheidet. Wer ist aber dieser unfehlbare Richter? Es ist die Kirche. Lasst uns dies näher betrachten. § 3 Die Entscheidung der Kirche ist unsere Glaubensnorm. Die Glaubenslehren müssen gewiss sein, da aber über Dinge, welche den Glauben betreffen, sogar unter den Gläubigen selber immer Zweifel und verschiedene Meinungen entstehen mussten, so war es zu jeder Zeit absolut notwendig, dass ein unfehlbarer Richter vorhanden sei, welcher von Gott die Vollmacht hat, die Glaubensstreitigkeiten zu entscheiden und dem alle ihr Urteil unterwerfen und gehorchen müssen, indem sie alles für gewiss halten, was er bestimmt, sowohl in Bezug auf die Echtheit der Heiligen Schrift und ihren wahren Sinn, als in Betreff anderer Glaubenspunkte. Sonst würde es keine sichere Norm für den Glauben geben, die Zwistigkeiten würden kein Ende nehmen, und ein jeder würde sich einen besonderen Glauben machen, aber einen Glauben, der, würden die Menschen beständig im Glauben gespalten und uneinig sein. Diese Wahrheit von der Notwendigkeit eines unfehlbaren Richters in Glaubensstreitigkeiten anerkennen sogar die Reformierten. Bossuet schreibt in seiner Konferenz, die er mit dem Calvinisten Claudius gehalten, dass sich in dem Disziplinarbuch der vorgeblich reformierten Religion zwei Aktenstücke finden, in deren erstem also zu lesen ist. Die Fragen über die Glaubenslehre sollen durch das Wort Gottes, wenn möglich, im Konsistorium entschieden werden. Wenn dies nicht möglich ist, dann soll die Sache vor das Kolloquium gebracht werden, von da vor die Provinzial-Synode und zuletzt vor die National-Synode, von der die endgültige Entscheidung durch das Wort Gottes geschehen soll. Wenn jemand sich mit dieser Entscheidung nicht in allen Punkten zufrieden geben will und nicht ausdrücklich seinen eigenen Irrtümern abschwört, so soll er von der Kirche ausgeschlossen werden. Das zweite Aktenstück enthielt die Verurteilung der Independenten, welche behaupteten, jede Kirche müsse sich selbst regieren, ohne irgendwelche Abhängigkeit von irgendjemandem, wer es auch sei. Dieser Satz wurde auf der Synode von Charenton verdammt, als der wahren Kirche verderblich und als eine Lehre, welche die Freiheit gibt, so viele Religionen zu bilden, als es Pfarreien gibt. So erkennen also auch die Irrgläubigen an, dass die Heilige Schrift nicht genügt, um ihnen Sicherheit im Glauben zu geben, sondern dass die Unterwerfung unter die Kirche notwendig ist, die ihnen den wahren Sinn der Schrift erklärt. Sonst bliebe immer die Pforte geöffnet, so viele Religionen zu gründen, als es Pfarreien oder vielmehr so viele, als es Köpfe gibt. Aber weil und im Glauben gespalten. Solange also die Heretiker keine feste Regel finden können, welche ihnen mit der Gewissheit des Glaubens über den wahren Sinn der Schrift sichere Auskunft gibt, können sie nie eine sichere Glaubensregel haben. Daher kommt es auch, dass sich diese evangelischen Reformatoren in beständiger Uneinigkeit befinden, nicht bloß mit den anderen reformierten Kirchen, sondern auch untereinander selbst. Darum bekannte Protestant Puffendorf den Papisten geht es besser als den Protestanten, diejenigen, die den Pontifex der Kirche als das Oberhaupt aller anerkennen. Die Protestanten wehren sich gegen das Oberhaupt des Despoten, zerrissen vom Fluch. Jede Republik verwaltet und kontrolliert alles nach eigenem Ermessen. Wir Katholiken dagegen sind sicher über unseren Glauben, denn wir haben einen unfehlbaren Richter, der alle Kontroversen entscheidet. Dieser Richter ist unsere heilige römische, von Jesus Christus gestiftete Kirche, welche nicht irren kann, da der Herr selber sagt, sie ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit und ihr die Verheißung gegeben hat, dass er ihr beistehen werde, bis an das Ende der Zeiten. 1. Gott hat es absichtlich so gefügt, dass die Heilige Schrift nicht in all ihren Aussprüchen klar sei, um den Gehorsam und die demütige Unterwerfung der Gläubigen unter die Kirche, ihre Mutter und Lehrerin zu erproben. Also ist es die Kirche, welche den Glauben macht und dem göttlichen Worte das Ansehen verleiht? Nein, die Kirche macht nicht den Glauben, noch stellt sie neue Glaubenslehren auf, sondern sie erklärt nur jene, welche uns bereits Jesus Christus gelehrt hat, durch die Heilige Schrift oder die Tradition, durch das Geschriebene und das Ungeschriebene Wort Gottes. Auch hat die Kirche nie behauptet, dass sie den Heiligen Schriften die Autorität verleihe, wie die Heretiker sie verleumden möchten, sondern sie hat nur erklärt, welche Bücher wahrhaft heilig und kanonisch sind, weil sie als Heilige Schriften von den ersten Zeiten in mehreren Teilen der christlichen Welt angenommen wurden. Nachdem sie also durch die ununterbrochene Tradition und den Beistand des Heiligen Geistes hierüber Sicherheit erlangt hat, befiehlt sie, dass diese Bücher von den Gläubigen für Göttliche gehalten werden. Indem also die Kirche uns lehrt, welches die wahre Heilige Schrift und welches der wahre Sinn derselben sei, so gibt sie nicht der Schrift die Autorität, noch stellt sie sich über dieselbe, sondern sie stellt sich nur über das Urteil der einzelnen Menschen und übt damit die Gewalt aus, die Gott ihr verliehen hat. Man darf hier auch nicht einwenden, wie es die Neurer tun. Es sei ein Teufelskreis, wenn man an die Unfehlbarkeit der Schrift glaubt, weil die Kirche es lehrt, und an die Unfehlbarkeit der Kirche, weil es die Schrift lehrt. Denn diese Einwendung würde nur dann gelten, wenn man einen Ungläubigen vor sich hätte, welcher die Unfehlbarkeit sowohl der Schrift als der Kirche leugnet. Aber es ist kein Teufelskreis, wenn man mit einem Christen, wenn auch einem Irrgläubigen verhandelt, der die Göttlichkeit der Schrift zugibt. Wenn daher die Heilige Schrift erklärt, dass die Kirche nicht irren kann, so muss jeder Ich würde dem Evangelium nicht glauben, wenn mich nicht das Ansehen der katholischen Kirche dazu bewegen würde. Ein wahrer Teufelskreis ist dagegen die Beweisführung der Neuerer, welche behaupten, dass durch die Schrift das Privatverständnis und durch das Privatverständnis die Schrift bewiesen werde, denn der eine wie der andere Satz ist falsch, wie wir gezeigt haben. Sie sagen, dass durch den Text meine dieses Privatverständnis bewiesen werde. Aber ich frage, wie wird der Beweis geführt, dass durch diesen Schrifttext wirklich das Privatverständnis der Schrift bestätigt werde? Sie können nichts anderes antworten als durch das Privatverständnis siehe da den Teufelskreis. Etwas anderes aber ist es, wenn der Sinn der Schrift von der Kirche bestätigt wird, welche derselben Schrift gemäß nicht Regel der Katholiken, sowohl was den Glauben als was die Sitten anbelangt, das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes empfangen sie von der römischen Kirche, welche ihnen erklärt, welches das wahre Wort Gottes und der wahre Sinn desselben ist, und diese Kirche ist unfehlbar, da Gott ihr seinen Beistand verheißen hat bis an das Ende der Welt, damit sie nicht irre. Die modernen Heretiker rühmen sich der Heiligen Schrift zu glauben, aber weil sie niemanden haben, der sie der wahren kanonischen Bücher und ihres wahren Sinnes versichert, so nützt ihnen die Schrift nichts. Denn weil sie zum Privatverständnis ihre Zuflucht nehmen, so bilden sie unter sich ebenso viele verschiedene Glauben als Personen sind, wie die Erfahrung gezeigt hat. Sie stützen sich auf ihre Forschung und darum können sie nie über irgendein Buch der Heiligen Schrift oder deren Sinn in Sicherheit sein. Wir aber stützen uns auf die Autorität der Kirche, welche von Gott als die Säule der Wahrheit erklärt wurde und so sind wir immer sicher und ruhig. Wir wissen auch nicht, wie die Reformierten ihrem System gemäß die Sozinianer oder ähnliche, welche die Dreieinigkeit und die Gottheit Jesu Christi leugnen, Heretiker nennen können. Sie werden sagen, dass in Betreff dieser beiden Geheimnisse und Fundamentallehren die Heilige Schrift klar sei, aber jene werden antworten, dass sie es nicht so verstehen, da einige Aussprüche der Schrift nicht buchstäblich, sondern allegorisch gedeutet werden müssen. Wer wird nun diese Sache entscheiden, wenn die Kirche sie nicht entscheidet? Ach, wenn der ist, dann gibt es keinen Irrtum mehr, dessen Widerspruch mit einem Dogma oder sogar mit der Naturreligion überzeugend könnte nachgewiesen werden. Was nützt ohne die Autorität der Kirche, die göttliche Offenbarung und sogar die natürliche Vernunfterkenntnis, wenn die eine wie die andere von einem Jeden nach seiner Weise erklärt werden kann? Ist die Autorität der Kirche hinweggenommen, so kann jeder behaupten, dass die Materie ewig, die Seele sterblich sei, dass die Dreieinigkeit der göttlichen Personen und die Menschwerdung des Wortes falsch sei. Kurz, er kann behaupten, was er will. So geht es, sagt Ramsey sehr gut, da er von Locke spricht, wenn die Autorität der Kirche den Philosophen nicht leitet. Dienen ihre Entscheidungen ihm nicht als Kompass, so kann es nicht anders sein, als dass er irrt. Vernehmen wir, wie ein Arminianer den Reformierten entgegnet, da er von der Synode von Dortrecht redet, alle Doktoren der Reformierten, unter welche Calvin und Beser als die Häupter gerechnet werden müssen, kommen in dem allgemeinen Grundsatz überein, dass alle Konzilien und Synoden, so heilig sie auch sein mögen, in dem, was auf den Glauben Bezug hat, irren können. Hierauf fährt er fort, die Grundlage der wahren Reform fordert, niemand könne und dürfe sich einer Synode anders unterwerfen oder unterschreiben, als unter der Bedingung, dass die Beschlüsse derselben sorgfältig an dem Worte Gottes, das allein in Sachen des Glaubens uns als Richtschnur dient, geprüft und mit demselben übereinstimmend erfunden werden. Dann sagt er in Bezug auf die Protestanten, Synoden unbedingt unterwerfe, so können sie den Papisten keinen stichhaltigen Grund mehr entgegensehen, sondern müssen sich für überwunden erklären. Das ist das große Argument, das einen französischen Prediger namens Papin bekehrte, wie Walzecki berichtet. Als er sah, dass ihn das kalvinistische System dahin treibt, jeden Irrtum, jede Heresie, den Deismus und sogar den Atheismus zu dulden, wurde er katholisch und gab darauf, dass sehr nützliche Werk heraus mit dem Titel Die zwei entgegengesetzten Wege auf dem Gebiet der Religion. Und in Wahrheit ist aus diesem System jene Menge Gottloser hervorgegangen, welche im verflossenen wie im gegenwärtigen Jahrhundert in den protestantischen Ländern üppig aufgeschossen sind und überall ihre Irrtümer ausgesät haben. Aber möchte ein Protestant entgegnen, trotz der Autorität und Unfehlbarkeit, deren sich eure Kirche rühmt, hat gleichwohl Italien Überfluss an Deisten und Materialisten. Wir antworten, wollte Gott, es wäre nicht wahr, dass auch in unserem Italien einige Freigeister, um mit größerer Ungebundenheit und weniger Gewissensbissen leben zu können, sich der unseligen Schar der Ungläubigen angeschlossen haben. Aber woher kommt denn dies, als von den schändlichen Schriften, welche aus den Ländern jenseits der Alpen zu uns herübergekommen sind und auch unsere Gegenden angesteckt haben. Wir werden sie jedoch, wenn sie entdeckt werden, nicht dulden, sondern bestrafen und von dem Verkehr mit den Übrigen ausschließen. Übrigens ist die Gewissheit, welche aus der Unfehlbarkeit unserer Kirche stammt, aus sich selber im Stande, alle Glaubensstreitigkeiten zu beenden. Und die Gottlosen, die sich unter uns befinden, sind nur darum gottlos, weil sie sich der Kirche nicht unterwerfen. Aber bei dem System der Neuerer verhält es sich anders. Dieses ist nicht im Stande, die Gewissensfreiheit zu beschränken, sondern durch das Prinzip der freien Forschung, die es einem jeden in Glaubenssachen gestattet, öffnet es selber die Tür, jedes Glaubenssystem und folglich jeden Irrtum anzunehmen. Aber, erwidern die Protestanten, wie konnte denn die Kirche sich Gewissheit verschaffen über die Echtheit der Heiligen Schrift und über den wahren Sinn derselben, sowie über die anderen Punkte, welche sie als Glaubenssätze erklärt hat? Wie? Durch den Beistand des Heiligen Geistes und durch die Überlieferung, welche ebenso das wahre Wort Gottes ist wie die Schrift und ohne welche man nie Gewissheit über die Schrift erlangt hätte. Dies werden wir im folgenden Paragrafen beweisen. Paragraf 4 Die Unfehlbarkeit der von der Kirche approbierten Überlieferungen Wir reden hier nicht von den kirchlichen Traditionen, welche die Riten und die alten Gewohnheiten betreffen, die von der Kirche eingeführt und von den Gläubigen angenommen wurden, sondern wir handeln von den göttlichen Überlieferungen, welche die Glaubenssätze betreffen und deren Kenntnis durch die Apostel und die übrigen Hirten der Kirche zu uns gelangt ist. Diese heißen deshalb Überlieferungen, weil sie jene Wahrheiten enthalten, die zuerst von Jesus Christus oder dem Heiligen Geist den Aposteln, von den Aposteln ihren Schülern mitgeteilt und so nach und nach unter der Leitung des Heiligen Geistes ununterbrochen bis auf unsere Zeiten überliefert und mitgeteilt worden sind. Diese Überlieferungen, welche das ungeschriebene Wort Gottes sind, haben dieselbe Autorität wie das geschriebene Wort, welches die Heilige Schrift ist. Die Neuerer leugnen dies, wie es auch unter anderem die alten Heretiker, die Eutychianer, Nestorianer und Pelagianer geleugnet haben und mit Verwerfung der Entscheidung der Kirche, die nach der Überlieferung mehrere Punkte definiert hat, sagen sie, dass die Heilige Schrift allein die Regel des Glaubens sei. Denn aus der Heiligen Schrift schöpfen sie ihre Irrlehren, indem sie die Texte derselben nach ihrem Gefallen verdrehen. In dieser Hinsicht könnte man mit Luther nicht ganz mit Unrecht die Heilige Schrift ein Buch für Heretiker lieber Heretikorum nennen. Wir aber vermögen nicht einzusehen, wie die Überlieferung verworfen werden kann, da es unstreitig zur Zeit des Naturgesetzes von Adam bis Moses keine andere Glaubensregel gab als die Tradition. Denn in diesem ganzen Zeitraum war kein geschriebenes Gesetz vorhanden. Zudem bestätigt die Schrift selber, sowohl die des Alten als des Neuen Testaments die Tradition. Moses verwies die Juden auf die Überlieferungen ihrer Vorfahren. Gedenke der alten Tage, betrachte alle Geschlechter, frage deinen Vater, er wird es dir verkünden, deine Ahnen, sie werden es dir sagen. Deuteronomium Kapitel 32 Vers 7 Und der heilige Paulus schreibt an seine Schüler, so steht denn fest und haltet an den Überlieferungen, die ihr erlernt habt, sei es durchs Wort oder durch einen Brief von uns. Zweiter Techesalonicher Kapitel 2 Vers 14 Man beachte die Worte, sei es durchs Wort oder durch einen Brief, wodurch der Apostel zu verstehen gibt, dass die ungeschriebene Lehre ebenso viel Geltung habe, wie die geschriebene. An einer anderen Stelle lobt er seine Schüler, dass sie seine Vorschriften hielten, die er ihnen überliefert habe, indem er sagt, ich lobe euch, dass ihr in allem an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch übergeben habe. 1. Korinther Kapitel 11 Vers 2 Der heilige Johannes sagt von Christus, er habe vieles getan, was nicht aufgeschrieben sei. Zitat Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, 30 So hat also der Herr viele Dinge mündlich seinen Aposteln erklärt, und wir haben sie dann durch die Überlieferung von den Aposteln empfangen. Überdies hat Jesus Christus den Aposteln nicht aufgetragen, das Wort Gottes niederzuschreiben, sondern es zu predigen, denn er sagte, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Markus Kapitel 16 Vers 15 Irrigerweise behaupten ferner die Heretiker, die Apostel hätten später in der Schrift alles zusammengefasst, was sie mündlich gelehrt hatten. Nehmen ja doch die Irrgläubigen selber mehreres als Glaubenslehre an, was nicht ausdrücklich in ihrer Schrift sich findet, zum Beispiel die Zahl der Sakramente, die Pflicht den kleinen Kindern die Taufe zu erteilen, während eine Verpflichtung ihnen die Eucharistie zu reichen nicht bestehe. Ferner glauben sie, dass in gegen die Sabellianer. Sie glauben an die Gottheit Jesu Christi und seine Wesensgleichheit mit dem Vater, gegen die Arianer, an die Gottheit des Heiligen Geistes und sein Ausgehen vom Vater und vom Sohne, gegen die Mazedonianer und Griechen, an die beiden Naturen in Christo, die göttliche und die menschliche, gegen die Eutychianer, die immerwährende Jungfräulichkeit der seligsten Jungfrau Maria, gegen Helvideus. Nun aber hat die Kirche einige dieser Glaubensartikel durch die bloße Tradition, andere durch die Schrift und die göttliche Tradition definiert. Außerdem ist die Tradition von mehreren Kirchenversammlungen gut geheißen. Das erste Konzil von Nicea hat durch die Tradition den Arius verdammt, wie schon Theodoreth und nach ihm Bellamin bemerkt hat. Das zweite nizänische Konzil abprobierte in seiner sechsten Sitzung durch die Tradition die Verehrung der heiligen Bilder und in der siebten Sitzung definierte es, wenn jemand die kirchliche Überlieferung, sei sie geschrieben oder nicht geschrieben, in irgendeinem Punkte verachtet, so sei er im Banne. Diesen Konzilien schloss sich das Konzil von Trient an mit der Erklärung, die ungeschriebenen Überlieferungen, welche die Apostel aus dem Mund Christi selbst empfangen, oder von diesen unter Eingebung des Heiligen Geistes gleichsam von Hand zu Hand überliefert worden, nimmt die heilige Versammlung an und verehrt sie mit gleicher Zuneigung der Frömmigkeit und Ehrfurcht. Ebenso sind auch von den heiligen Vätern die apostolischen Traditionen immer verehrt worden. Der heilige Basilius schreibt, von den Glaubenssätzen, die in der Kirche verkündigt werden, sind Einzelne durch die Lehre der Schriftsteller, andere Origenes sagt, da die von den Aposteln an, in ununterbrochener Reihenfolge der Bischöfe, überlieferte kirchliche Lehre bewahrt wird, so ist nur das als Wahrheit anzunehmen, was in nichts von der kirchlichen Überlieferung abweicht. Der heilige Epiphanius sagt, man muss auch von der Überlieferung Gebrauch machen, denn nicht alles kann aus der Heiligen Schrift entnommen werden. Der heilige Augustinus sagt, mit vollem Recht nimmt man an, dass das, was die ganze Kirche festhält und was nicht durch Konzilien eingeführt, sondern alle Zeit beobachtet wurde, nicht anders als durch apostolische Autorität überliefert worden sei. Der heilige Johannes Chrysostomus sagt, es ist klar, dass die Apostel nicht alles in Briefen überlieferten. Vieles haben sie ohne zu schreiben gelehrt, das eine wie das andere verdient den gleichen Glauben. Und an einer anderen Stelle schreibt er folgendermaßen, es ist eine Überlieferung, verlange nichts weiteres, nicht die Schriften der Propheten, nicht die Briefe der Apostel, nicht die Bücher der Evangelisten. Ebenso lehren die anderen heiligen Väter, zum Beispiel der heilige Dionysius, der heilige Justinus, der heilige Athanasius, der heilige Gregor von Nazianz, der heilige Johannes Maschenus, Tertullian, der heilige Cyprian, der heilige Hilarius, der heilige Ambrosius, der heilige Hieronymus und andere, deren Aussprüche Bellamin anführt mit Angabe der Stellen. Ganz besonders erhellt aber die Notwendigkeit der Tradition aus dem Umstand, dass sich ohne die Tradition die Kirche nie hätte Gewissheit darüber verschaffen können, welches die echte heilige Schrift, welches ihre echten Bücher, ihre rechtmäßige Übersetzung und der wahre Sinn ihrer Aussprüche ist. Wenn es also keine Tradition gäbe, so könnten wir über die Schrift und ihren wahren Sinn keine Gewissheit mehr haben. Die Gegner wenden ein, aber die Tradition ist ja Menschenwort, nicht Gotteswort. Ich antworte, allein die Menschen sind nur die Werkzeuge gewesen, durch welche das Wort Gottes zu uns gelangt ist. Wie Gott sich der Hände der Menschen bediente zum Schreiben, so hat er sich auch ihres Mundes bedient, um uns über die Wahrheit zu unterrichten, aber, sagen Sie, die Überlieferungen sind immer der Gefahr der Verfälschung ausgesetzt. Allein auch die Schrift ist dieser Gefahr ausgesetzt, doch die göttliche Vorsehung, die ihrer Kirche beisteht, hat nicht geduldet und wird auch nie dulden, dass ihr Wort in den Händen der Heiligen Kirche, die es als anvertrautes Gut bewahrt, verfälscht werde. Damit also die Tradition eine sichere Glaubensregel sei, muss unfehlbar gewiss sein, dass sie göttlichen Ursprungs ist. Diese Gewissheit kann man aber nur durch die Autorität der Heiligen Kirche erlangen, welche unter dem Beistande des Heiligen Geistes der Verheißung Christi gemäß die wahren Traditionen von den Falschen wohl zu unterscheiden weiß. Und hierin kann sie nicht irren, und wir sind verpflichtet, alles zu glauben, was sie uns lehrt, wenn wir nicht unter die Zahl der Ungläubigen gerechnet werden wollen, nach dem Ausspruch Jesu Christi, wenn er aber die Kirche nicht hört, so sei er dir wie ein Heide und öffentlicher Sünder. Matthäus Kapitel 18 Vers 17 Unter andererseits der Herr uns versichert, dass seine Kirche nicht irren könne, und das, wer die Diener der Kirche hört, ihn selbst höre. So ist es grundfalsch, was die Heretiker behaupten, dass man nur verpflichtet sei, das zu glauben oder zu tun, was in der Heiligen Schrift im Einzelnen niedergeschrieben ist. Denn es steht geschrieben, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Lukas Kapitel 10 Vers 16 Es ist gewiss, dass jene, welchen die Apostel die Wahrheiten des Glaubens gepredigt haben, ehe sie dieselben im Evangelium niedergeschrieben, verpflichtet waren, diese Wahrheiten zu glauben, und wie gelangten sie zum Glauben? Durch bloße Überlieferung dessen, was die Apostel gepredigt hatten. So waren also die Tradition und die Kirche vor der Heiligen Schrift. Die Heretiker sagen, nicht jede Wahrheit müsse ausdrücklich in der Schrift enthalten sein, sondern es genüge, wenn sie durch rechtmäßige Schlussfolgerung aus der Heiligen Schrift abgeleitet sei, und deshalb brauche man die Tradition nicht anzunehmen. Aber, lautet die Antwort, eine aus dem Worte Gottes abgeleitete Schlussfolgerung ist nicht mehr das Wort Gottes, sondern Menschenwort, weil durch den menschlichen Verstand abgeleitet, welcher dem Irrtum unterworfen ist. Zudem müssten wir, um eine richtige und gewisse Folgerung aus der Schrift zu ziehen, zuerst über den wahren Sinn der Schrift sicher sein. Allein diese Sicherheit können wir nicht haben, ohne die Erklärung der Kirche, durch welche Gott deutlicher zu uns redet, als durch die Schrift, weil er durch weit evidentere Zeichen uns über die Wahrheit der Kirche, als über die Existenz der Schrift sichergestellt hat. Wir hätten daher von vielen Glaubenslehren keine Gewissheit, wenn wir die Überlieferung nicht hätten. Aber, werden sie entgegnen, gesetzt auch die Überzeugung von der Echtheit der Schrift und der Tradition hänge vom Urteil der Kirche ab. Wer ist es in der römischen Kirche, der dieses Urteil fällt? Wir antworten, es ist der Papst, wenn er ex cathedra spricht. Das heißt, wenn er spricht als allgemeiner Lehrer der Kirche und als Nachfolger des heiligen Petrus, welcher von Jesus Christus als Oberhaupt derselben und als sein unmittelbarer Stellvertreter eingesetzt wurde.